Servus Leute, was geht? Ich bin's der Baune und ich möchte hier wieder alle recht herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge Youtubers Live, natürlich, genau. Und da sind wir doch hier wieder übelst am Hasseln. Genau, würde ich doch mal sagen, unser Video lädt hier gerade hoch. 13,3k Views, okay. Scheint gut zu sein. 38.000 Abonnenten, aber dann schauen wir doch mal, was wir jetzt machen können. In der letzten Folge haben wir auf jeden Fall schon mal die Michaela klar gemacht, aber wir wollten jetzt noch den Kurs aufnehmen oder den Kurs machen. Da machen wir doch mal, dass wir besser im Videoschnitt und bla 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 und flirten werden. Okay, ja, alles klar. Ne, das sieht man hier an der Seite. Was? Skript wirklich besser, Nachbeabung wirklich besser. So, da machen wir doch mal das, das mal. Obwohl, der kostet 80, der 50, machen wir erstmal den 50 Euro, den 50 Dollar Kurs. Okay, Drehbuch und Erzählung für Anfänger. Okay, starte den Kurs. Okay, was macht er denn jetzt? Ah, okay. Ah, okay. Er liest, er liest, er liest ein Buch. Okay, er liest ein Buch und hier wird der Balken voll gemacht. Aber, das kann er machen, wenn er jetzt ein Video aufgenommen hat. Deswegen heißt es, erstmal ein Video aufnehmen und dann die Arbeit. So, aber jetzt schauen wir doch erstmal, erstmal, was es für neue Videos gibt. Aber da muss ich hier mal auf Pause machen. Äh, genau. So, jetzt soll man einkaufen. Weil, schauen wir, was es im Markt für neue Videos gibt. Äh, äh, für neue Videos, alles klar. Für neue, äh, für neue Spiele gibt. Aber, wie ich sehe, habe ich hier eigentlich alle gekauft. Der vom Januar, der ist überhaupt nicht mehr in. Äh, okay. Dann, dann zocken wir doch mal. Spiel wählen. Okay. Was ich mir vorgenommen habe, ist mehr auf, ähm, oh shit. Ah, okay, das ist gut. So. Äh, auf, äh, Veranstaltungen zu gehen. Weil ich war überhaupt nie auf Veranstaltungen. Ich habe da immer übelst, auf der Gamesworld war ich ja auch nicht. Habe ich ja im letzten Video, habt ihr ja im letzten Video, wenn ihr das angeschaut habt, gesehen, dass ich da übelst am Reinscheißen war. Dass ich da übelst verplant habe. Aber, auf jeden Fall, ähm, oh shit, das muss ich hier irgendwie das Kabel irgendwie gescheit hinmachen. Dass ich hier nicht hinkomme. So eine Rotze. So, jetzt da. So, Planet of, Planet Wars, Cutter 2, Cutter 2 Gameplay. Wow. Mein Englisch. Was, wie nennen wir es denn? Kom, komplette, zerstörung. Komplette Zerstörung. Die Zerstörung. Schreibt man groß. Komplette Zerstörung. Okay. Und. So, dann machen wir weiter. Und dann nehmen wir auch schon das Video auf. Oh. Jetzt wird richtig. Jetzt, jetzt, schauen wir mal. Du startest die Aufnahme. Wir tanzen. Mach mal formelle Berüste. Wir sind ja. Wir überlegen ja, was wir machen. Spiel Intro. Sinnloser Kommentar. Unlustige Kommentar. Mach mal sinnlosen Kommentar. Oh, der war mal ganz mies. Ganz schlecht. Das hängt, das Spiel hängt sich auf. Ratschlag. Fröhliche Äußerung. Mach mal einen Ratschlag. Das kannst du machen, wenn sich das Spiel aufhängt. Den PC ausschalten. Oder den Bildschirm verkloppen. Oder was anderes. Ausschnitt. Unlustiger, also kommentar. Kurzer Kommentar. Mach mal kurz. Warum, was wisst ihr denn bei dem Ausschnitt für den Dingen? Ja, Handlungswechsel. Abspann. Mach mal. Mach mal einen Abspann. Oh. Also das Video, das war ja mal so sch... Das habe ich jetzt mal... Da jetzt mal richtig reingeschissen in dem Video. Ja, aber das ist gar nicht mal so schlecht von der... Von der... Von der... Hier nur das Erste. Das ist halt ein bisschen scheiße. Aber... Trotzdem, das rendern wir mal. 56 Prozent. Das passt. Hier bin ich eigentlich auch schon relativ hoch aufgestiegen. Aber kein neuer Rekord ist drinnen. Aber jetzt war hier schon wieder so einer drin. Aber auf jeden Fall lädt es jetzt hoch. Ähm... Und dann schauen wir doch hier nach... Bestellen wir in den Kalender, was alles ist. In zwei Tagen ist... Cosplay Party. Okay. Kaufen wir uns da ein Ticket. Komm, da kaufen wir uns ein Ticket. Da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Das ist prima. Prima. Blablabla. Ja. Prima Colonia. Oder irgendwie. Clobla. So, dann. Aber jetzt an. Mach mal in der Zeit, wo das Video hochlädt. Machen wir noch den Kurs. Was haben wir hier denn zum Eaten? Aber danach schlafen wir. Und danach essen wir noch was. Dass wir wieder... Wenn wir das neue Video hoch... Äh... Machen... Komplett... Ausgeruht und... Gestärkt sind für das neue Video. Schauen wir doch mal die Kommentare an. Planet... Planet Cutter 2... Planet... Wars Cutter 2... Das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Das ist echt angesagt zur Zeit. Da Gavin. Oder da Gavin. Danke Gavin. Und dir... Natürlich. Meine Güte, du solltest deine Kamera... Gar nicht erst anmachen, um sowas aufzunehmen. Digga, du solltest erstmal deine Tastatur nicht mal anfassen. Weil dein Name, der ist so schlecht. Den kann man nicht mal aussprechen. So, egal. Dann sleepen wir jetzt mal. In der Zeit wird unser Video hier... Geht unser Video hier steil. Dann essen wir noch was. Und wir haben den siebten. Okay. Dann, äh... Eaten wir doch was. Tun wir noch ein Sandwich essen. Da geht... Da geht es auch ein bisschen nach oben. Und dann... Noch ein Brot essen wir noch. Ein Brot. Ich sag ein Brot, aber ihr holt den ganzen Teller raus. Nice. Kann man machen. Okay. Dann nehmen wir doch hier gleich mal das neue Gaming-Video auf. Bevor wir hier da los starten. Ähm... Oh. Aber die sind hier alle gar nicht angesagt. Bis auf Planet Cutter. Planet Wars Cutter. Hä? Was... Was konnt ihr mal da noch machen? Oh. Nichts mehr. Hab ich... Hab ich mich... Hab ich mich verguckt. Da hab ich mich doch verguckt. Oh man. So Renderpunkte. Ah. Was ich machen könnte. Wenn ich das Video... Das ich... Ah egal. Lass mal den... Lass mal wieder den Namen so. Da muss man nicht unbedingt einen Titel wählen. Und dann schauen wir doch mal, ob wir das Video jetzt besser machen können als das vorige Video. Coole begrüße Musik. Machen wir diesmal wieder. Tanzen, dann müssen wir dance richtig vor. Okay. Wenigstens ist diesmal gut gewesen. Dann Hauptmenü. Kurze Kommentare. Lustiger Kommentar. Machen wir mal einen lustigen Kommentar am Hauptmenü. Ja. Okay. Hat gepasst. War nicht schlecht. Endlose... Endlose Dialog... 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 Szene. So. Ratschlag. Lustige Kritik. Freilicher Schrei. Machen wir mal einen Ratschlag. Oh. Das ist hochgesprungen. Das ist bei mir ja noch nie hochgesprungen. Zeit bevor das Spiel startet. Unlustiger Kommentar. Philosophischer Kommentar. Sinnloser. Machen wir mal einen sinnlosen Kommentar. Oh. Der war auch wieder richtig stark. Jetzt sind wir richtig gut. Eine zusammenfassende Spiel. Swinkende Verabschiedung. Übergang in Schwarze. Übergang in Schwarze. Okay. Hat auch gepasst. Okay. Das war mal richtig stark jetzt. Wir haben keinen... Ähm... Balken, der wohl irgendwie... Oder keinen... Kein... Nicht... Nicht... Nichts Schlechtes. Oh mein Gott. Das ist ja mal mega stark. Das Video. Habe auch hier noch weicher Fokus und Farbe rein. Und dann... Ist ja... 49%. Oh. Jetzt hätte ich gedacht, die hauen hier richtig. Wir hustlen hier richtig rein. Aber... Das Video ist halt auch gar nicht mal... Ist auch nicht so neu. Was ist das da? Bo... Okay. Jetzt müssen wir zum Event gehen. Okay. Wir gehen zum Event. Äh... Wir gehen einfach so. Wir gehen einfach so. Und schauen, was wir beim Event... Denke daran, dass wir... Oh shit. Wir hätten ein Kostüm anziehen müssen. Ach shit. Egal. Wir gehen jetzt einfach hin. Das ist so ein Kostüm. Die sollen sich mal nicht so aufregen. Wir haben doch ein ganz normales grünes Kostüm. Mit einem weißen Hemd unten drunter. Das ist unser Kostüm für den Abend. Schau mal. Okay. Der kommt hier mit Spider-Man. Aber wer ist denn hier alles? Ist das die Michaela? Ne, das ist nicht die Michaela. Unsere Michaela hat längere Haare. Das ist die... Melissa. Aber das wäre jetzt ja voll... Voll behindert oder voll asozial, wenn ich jetzt eine Frau anquatschen würde und sagen so. Hey yo, was geht ab bei dir? So, hey bla bla bla. Obwohl ich eine Freundin zu Hause habe. Das kann man nicht machen. Also... So, so, so. Ah, sie sind wir ja nicht. Wir sind ja treu in unserer Beziehung. Okay, lass mal den mal reden. Mit dem Emanuel. Der ist uns doch sympathisch. Der Emanuel, der ist uns sympathisch. Der wird... Der weiß ja nicht, dass wir übelste heftige YouTuber werden. Deswegen... Sehen wir... Äh... Können wir uns noch so auf... So unterhalten. Äh... Dann... Deswegen... Und jetzt steigt man gleich auf Freundschaft auf. Richtig nice. Mit dem können wir uns richtig gut unterhalten. Deswegen... Machen wir doch mit dem gleich nochmal was. Reden wir doch mit dem noch ein bisschen. Und dann rede ich mit dem noch ein bisschen. Und schaue, was ich so noch machen kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich in meiner Bude bin zu Hause. Und da sind wir auch schon wieder in unserer Bude angekommen. Das Video ist hochgeladen. Und die Kommentare wollen wir natürlich auch abchecken. Weil wir natürlich... Oh... Wieder ein schlechter. Hahaha. Wenn dieser Person ein YouTuber ist, dann bin ich Batman. Ja, dann sei doch Batman, Alter. Was für schlechte Nachbar. Aber du musst doch froh sein, wenn du überhaupt einen PC anbekommst, ey. Ich habe... Auf dein erstes Dolby C-Video gewartet. Hector oder Hector? Jonas, Hector auch in den Kommentaren. Richtig stark. Aber dann essen wir doch hier was. Und danach gehen wir doch gleich mal schlafen. Weil... Äh... Was essen wir? Wie viel haben wir denn? So viel. Dann trinkt man doch eine Limonade. Dann... Äh... Oh, mit der Michaela müssen wir uns eigentlich mal wieder was... Was unternehmen. Aber... Horizon Mall, that... Okay. Oh, da ist Ticketspreis. Da kaufen wir uns ein Ticket. Weil da gehen wir hin. Ins Kino. Was ist hier noch? Überall Partys. Okay. Hey Kleiner, ich bin ein Straßenverkäufer und verkaufe Videospiele. Ich habe ein Angebot und... Oh, wieder der Straßenverkäufer. Okay, dann kaufen wir es doch mal. Okay. 40 Euro. Mal schauen, wo das jetzt ist. Weil... Oder gehen wir erst mal einkaufen. Gehen wir hier erst mal einkaufen und schauen wir mal, wo unser... Oder ob... Ob im Amazing... Äh, nee, aber hier ist... Oh, shit! Das wurde heute neu released. Shit, alter. Nice. Richtig geil. Kaufen. Das wird erst mal gekauft. Das wird erst mal richtig fresh gedroppt. Äh... Okay. Dann haben wir das. Äh... Unserem... PC. Sollten wir auch mal wieder reparieren. Reparieren. Holen wir den Techniker. Den Techniker. So, willst du dich unterhalten? Nein, danke. Lass mal. Öffnen. Okay. Geil. Jetzt spielen wir das. Jetzt haben wir eigentlich ein neues Spiel. Da wird erst mal ein Preview rausgehauen. Um das Spiel für die Zuschauer, die es jetzt noch nicht kennen, zu erklären. Okay. Aber, bevor wir das machen, gehen wir hier nochmal schnell einkaufen und holen uns mal besseres Equipment. Okay. Oh, der Techniker. Unser PC ist zwar kaputt, aber wir können trotzdem unseren PC hocken. Ist natürlich richtig, richtig stark. So, was haben wir denn hier? Ein Mic brauchen wir noch. Ein Mikrofon. Ist immer gut. Gaming Play Maus. Und hier. Eine Creative Cam. Ist immer gut, weil wir müssen in der Facecam gut zu sehen sein. Und da kaufen wir das alles. So, das Ding ist weg. Und der derzeit, da gehen wir doch mal schnell noch arbeiten. Komm, gehen wir mal arbeiten in der Zeit. Da haben wir nochmal, kriegt man nochmal 40 Dollar wieder. Und dann ist alles easy. Hier bei 42.000 Abonnenten kommt das hier alles öffnen. Zack, Mikrofon ist da. Jetzt kommen wir dann gleich die anderen Sachen. Oh shit, ich verliere Abonnenten. Oh shit, jetzt verliere ich Abonnenten. Das heißt, Videos machen. Videos drehen. So, und jetzt kommt noch. Öffnen. Und jetzt. Neues Game Video aufnehmen. Ja, bla bla bla. Warum kommen die eigentlich in mein Zimmer und der will auf einmal... Achso, das ist vielleicht beim Mitbewohner. Ein Dual kann ich noch nicht machen. Weil das irgendwie jetzt gerade so aussah. So. Ein Dual. So, okay, wir können normale Auflösung. Jawohl, wir haben keine schlechte oder niedrige Auflösung mehr. Machen wir einen Mono-Ausgang oder Stereo? Machen wir mal einen Mono-Ausgang. So, hier, bla bla bla. Okay. Obwohl, habe ich noch irgendwas? Pop-Schutz, bla. Okay. Okay, fortsetzen. So, oh, nee, jetzt hätte ich einen anderen Titel nehmen müssen. Egal, auf jeden Fall wird es richtig gut ankommen. Hoffe ich zumindest, hoffe ich. Okay, lade das Spiel. Formelle Begrüßung, Tastenbegrüßung. Formelle Begrüßung natürlich bei einem Preview. Hau mal natürlich immer schön die Intelligenz. Den Intelligenz-Quotienten hauen wir natürlich richtig rein. Den kann man auch natürlich richtig reinhauen. Das ist selbstverständlich natürlich. Spiel-Intro. Philosophischer Kommentar, sarkastischer. Machen wir mal einen kurzen Kommentar. Ach, weiß ich, warum ist denn... Warum scheiße in der kurzen Kommentar immer so rein? Spieltutorial. Konstruktive, machen wir einen professionellen Kommentar. Bitte sei gut. Okay, das war wenigstens nicht schlecht. Ladebildschirm, unlustig Kommentar, philosophischer Kommentar, sinnloser Kommentar. Mal einen sinnlosen Kommentar. Oh, der war wieder richtig stark. So, jetzt da. Du hast eine harte Aufgabe bewältigt. Feierlicher Schrei natürlich. Feierlicher Schrei. Jawohl. Jetzt da. Handlungs... Handlungswechsel. Einfallverabschiedung. Winkende Verabschiedung. Ist ganz easy. So, dann hier. Bam, bam. Zack, zack, zack. Jawohl. Und zack. Oh, shit. Hier haben wir wieder drei rote. Kann man das irgendwie anders machen? Jawohl. So. Ha. Hätte doch... Wäre doch gelacht. Titel wählen und rendern. 60 Prozent. Geht besser. Aber ich habe jetzt auch schon wieder drei Tage gewartet. Und wann ist... Am 1. April. Okay. Und am 17. ist... Ist hier die... Tuxedo Party. Okay. Ja. Mein Gott. Gehen wir jetzt erst mal schlafen. Oh, shit. Deswegen wahrscheinlich nicht. Deswegen war das Video wahrscheinlich nicht so gut. Weil wir nicht schlafen gegangen sind. Danach gehen wir doch essen. Und dann schaue ich mal... Oh, jetzt sind wir aber schon wieder fast 15. 15 Minuten. Oder ungefähr bei 15 Minuten. In der Roh... Im... In der Rohproduktion. Im Rohvideo. Im Rohmaterial. Oh, dann würde ich doch mal sagen. Dann würde ich hier doch mal das Eaton des Videos hochgeladen. Kommentare sind am Start. Okay. Ja. Wieder schlechte Blatman. Bla, bla, bla. Okay. Gut. Kommentare sind wieder am Start. Und deswegen... Äh. Esse ich hier noch ein bisschen. Und dann sage ich... Ciao. Bis die Tage. Lasst vielleicht einen Daumen nach oben. Oder ein Abo da. Würde mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Bis die Tage. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020